Ja, die beste Network Marketing App. Ich möchte dir heute eine App vorstellen, die meiner Meinung nach im Network Marketing die beste App ist. Und bevor ich dir verrate, was es geht, muss ich ein bisschen die Spannung aufbauen und du wirst sie definitiv kennen. Also mit dieser App kannst du Millionen von Menschen erreichen und es ist sehr, sehr wichtig in deinem Network Marketing, dass du und dein Team, dass ihr viele, viele Leute erreichen könnt, weil du weißt, es hören Kunden auf, es hören Partner auf und du brauchst immer wieder auch neue Leute. Und eines der größten Probleme im Network Marketing ist ja, dass man zu wenig neue Leute hat. Ich spreche jetzt nicht von der Namensliste, die du kennst, sondern wirklich von einem Zugang zu neuen Menschen. Dann ist es aus meiner Sicht auch wichtig für eine Network Marketing App, dass sie gratis ist. Weil die Problematik ist, wenn jemand neu bei dir im Team beginnt, dass er natürlich noch kein Geld verdient. Und wenn er dann investieren muss in eine Network Marketing App, ist das nicht wirklich ideal. Es gibt zwar auch Apps, die gut sind, die Geld kosten, aber die kannst du nicht wirklich einsetzen. Und dann geht es ja um Duplikation. Das heißt, eine Network Marketing App, es muss etwas sein, was duplizierbar ist. Also, wenn das Runterladen der App, das Kaufen etc. schon so schwierig ist, dann kann es niemand einsetzen. Also, es muss eine App sein, eine Network Marketing App, die absolut duplizierbar ist. Also, und sie muss auch einfach sein. Es gibt ja gerade bei den Apps, nicht nur, wenn man sagt, okay, jetzt eine Network Marketing App, gibt es ja viele Techniker da hinten, die alle möglichen Funktionen reinbauen. Die Person bei dir im Team, in deinem Network Marketing Team, bekommt die App, kann damit nichts anfangen, weil sie sich nicht auskennt, weil sie einfach viel zu schwierig ist. Und ja, gerade bei den Apps, wenn du jetzt schaust, im Play Store, bei iPhone, im Store drinnen, ja, du findest viele, viele Apps. Und diese App, die ich dir gleich sage, Spannungsbogen noch aufrecht halten, diese App verwenden die absoluten Top Networker. Ich habe in den letzten Monaten einige Interviews führen dürfen mit absolut Top Network Markedern. Das heißt, das sind Menschen, die im Network Marketing sind und die schon hunderttausende Euros an Provisionen verdient haben. Und ich habe sie gefragt, hey, was ist deine Lieblings Network Marketing App? Welche App verwendest du? Und jedes Mal kam diese App. So, und jetzt endet das Video. Nein, das machen wir natürlich nicht, das wäre schlimm. Ich möchte jetzt verraten, um welche App es geht. Du kennst diese App. Du hast sie wahrscheinlich sogar installiert, aber du nutzt sie noch nicht so. Und bevor ich dir jetzt sage, um welche App es geht, möchte ich dir sagen, wie du diese App auch wirklich richtig nutzen kannst. Ja, das erfährst du unten in meinem Training. Noch ist es online. Und es geht um folgende App. Es geht um Facebook Messenger App. So wirst du sagen, okay, kenne ich, kenne ich. Aber du weißt nicht, wie du sie bedienen kannst. Du weißt nicht, was du rausholen kannst an neuen Kontakten. Wie du Menschen ansprichst, dass du kein Verkäufer bist, dass du kein Networker bist. Dass du den Leuten nicht am Nerv gehst. Wie du viel, viel rausholen kannst. Ich habe damals im Network Marketing über diese App alles aufgebaut. Kunden, Partner. Und ich habe in einem Monat, in 30 Tagen 110 Partner aufgebaut. Und genau mit dem Facebook Messenger. Das ist duplizierbar. Die ist gratis. Die ist leicht einzusetzen. Nur muss man wissen, wie setzt man das Ding ein. Und das erkläre ich dir gerne, wenn du unten in mein Training schaust. Also für mich die absolut beste App im Network Marketing ist der Facebook Messenger. Bis zum nächsten Video. Ciao, bye, bye.